Ihr habt in Microsoft Excel eine große Datentabelle mit zum Beispiel einer Rezeptliste oder einem Lagerbestand oder eine Produktionsliste, solche Sachen und ihr wollt einen Datensatz, also ein Rezept oder einen Lagerplatz rausziehen und den euch gleich anders anordnen lassen und vielleicht eventuelle Leerzellen dabei auch gleich rausfiltern. Ja, da gibt es Möglichkeiten, wie wir das schnell und einfach machen können und die zeige ich euch jetzt. Hallo, ich bin der Andi und ihr seid bei BildnerTV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich möchte euch heute mal wieder einen praktischen Tipp zeigen zu Microsoft Excel und zwar entstanden ist das Ganze aus ein paar Zuschauerfragen und ich zeige euch einfach mal meine Excel-Tabelle, die ich hier habe. Da geht es darum, dass ich einfach eine größere Tabelle habe, in der ich verschiedene Daten eingetragen habe. Bei mir hier handelt es sich jetzt um so eine Rezeptliste und dann hat man hier oben einfach alle Zutaten aufgelistet und natürlich wird nicht in jedem Rezept jede Zutat benötigt. Und dementsprechend habe ich hier mal Einträge drinstehen und mal nicht. Bitte gleich vorweg, das ist einfach nur so zusammengeschrieben. Also wenn jemand versucht, da den Kuchen nachzubacken und den dann ist, der ist selber schuld. Also das bitte mal die Werte ignorieren. Ja und das Ganze muss nicht nur mit Rezepten funktionieren. Das Ganze kann auch einfach eine Lagerbestandsliste sein oder eine Produktionsliste oder was es dann noch alles gibt. Das ist ja nur beispielhaft hier. Und ja, was ist jetzt die Problemstellung, die Fragestellung? Ich würde mir gerne einen Datensatz raussuchen. Zum Beispiel, ich möchte jetzt gerne für den Kirschkuchen meine ganzen Zutaten haben. Das können wir herauslesen mit S-Verweis oder noch besser, wenn ihr schon Microsoft 365 habt oder die 2021er Version mit dem X-Verweis. Dann geht das Ganze noch eleganter. Ja, aber dann habe ich natürlich meine Leerzellen drinnen, was nicht so schön ist. Und da schauen wir uns an, wie ich das zum Beispiel auch umgehen kann. Ja und wenn ihr wissen wollt, wie das mit S-Verweis und X-Verweis noch genauer funktioniert, was es dann noch alles gibt, worauf zu achten ist, dann findet ihr natürlich bei mir in meinen Videos, aber auch komprimiert, schnell und einfach zum Nachlesen in unserem Buch Excel 2021, die Stufe 2 Aufbauwissen. Hier für Excel 2021, wo auch Microsoft 365 natürlich mitbehandelt wird. Aber diese Bücher gibt es natürlich auch für alle älteren Versionen. Ja und ihr könnt euch auch noch hier einige Gratiskapitel sichern. Da könnt ihr schon mal reinschmökern. Ja und wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch gewinnen. Und zwar, ihr müsst einfach nur einen Kommentar unter dem Video da lassen und schon nehmt ihr an der wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. Ja und mit etwas Glück seid ihr der Gewinner und dürft euch dann ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei auswählen. So und ich fange jetzt mal an, das Ganze hier zu lösen. Das heißt, normalerweise würde ich das, was ich jetzt hier alles mache, weil die Liste kann ja eigentlich viel, viel größer sein, würde ich das in einem neuen Tabellenblatt machen. Aber damit das für euch ein bisschen übersichtlicher bleibt, bleibe ich hier in meiner, in diesem Tabellenblatt. Und jetzt habe ich hier erstmal eine Suche und da suchen wir zum Beispiel nach dem Schokotraum. Und was ich gleich machen möchte, ich hätte die gerne nicht nebeneinander aufgelistet, sondern von oben nach unten. Und da mache ich jetzt folgendes. Die Ergebnisse kann ich mir ja mit S-Verweis holen oder noch schöner mit dem X-Verweis. Und ich hole mir schon mal hier oben meine Überschriften und die lasse ich mir untereinander hinschreiben. Und das können wir machen, wenn ihr Microsoft 365 habt, einfach mit der Funktion mTrans. Wenn ihr kein Microsoft 365 oder die neueste Version 2021 habt, dann geht her, kopiert hier oben einfach die kompletten Überschriften. Einfach mit STRG-C kopieren und dann geht ihr hier, wo ihr es einfügen wollt, rechtsklick. Und beim Einfügen nehmt ihr das Transponieren. Das ist dieser Pfeil in beide Richtungen. Und ihr seht schon, dann wird euch das untereinander eingefügt. Aber ich mache das Ganze jetzt nicht mit Kopieren und Einfügen. Weil ich 365 habe, nehme ich die neue Funktion mTrans her. Ja, und da brauche ich bloß den Bereich markieren. Und mit Enter bestätigen. Und schon fügt er mir das untereinander ein. Also hier seht ihr ganz einfach die Funktion mTrans. Und dann habe ich oben einfach die Überschrift markiert. So, und jetzt hole ich mir noch die Zutaten. Ja, wie kriege ich die? Die könnte ich mir jetzt einzeln rausholen mit S-Verweis. Ich lasse dann einfach hier nach diesem Schokotraum hier bei Kuchenrezept suchen. Und dann jeweils in der jeweiligen Zelle. Aber ich habe ja den X-Verweis. Der kann mir gleich eine ganze Zeile oder eine ganze Spalte nehmen. Also wenn ich hierher gehe und nehme den X-Verweis. Klammer auf. Mein Suchkriterium ist hier der Schokotraum. Meine Suchmatrix habe ich hier. Und meine Rückgabematrix ist jetzt hier dieser ganze Bereich. So, das reicht eigentlich schon. Ich kann jetzt noch eingeben, was er mir schreiben soll, wenn er etwas nicht gefunden hat. Das ist auch ganz schön beim X-Verweis, dass ich da noch extra was angeben kann. Ich gebe es nicht. Und ihr habt noch einen Vergleichsmodus. Den lasst mir. Ich will eine exakte Übereinstimmung. Das müsst ihr gar nicht mal auswählen. Das könnt ihr ignorieren. Also einfach nur ein Strichpunkt. Und dann gibt es auch noch die Suche. Wollt ihr von vorne oder von hinten suchen. Ja und da gehe ich her und lasse das einfach weg. Klammer zu. Und Enter. Ja und ich weiß, das steht jetzt alles nebeneinander. Da hat er mir jetzt die Zeile vom Schokotraum rausgesucht. Und damit das schön von oben nach unten gelistet wird, mache ich einfach folgendes. Ich mache das auch wieder mit diesem M-Trans. Das heißt, vor meine Funktion, vor dem X-Verweis, fange ich an mit ist gleich M-Trans. Klammer auf. Und jetzt kommt mein ganzer X-Verweis. Und ganz am Ende muss ich natürlich die Klammer, die ich aufgemacht habe, wieder schließen. Und schon seht ihr, was jetzt passiert. Ich drücke Enter. Und alles wird von oben nach unten dargestellt. Ja und jetzt habe ich das schon so, wie ich es in der Rezeptübersicht haben will. Ja, dass ich hier meine Zutaten aufgelistet habe. Aber was ist noch da? Meine Leerstellen, die ihr hier mit 0 angibt. Also ich brauche 0 Weizenmehl, 0 Maismehl und 0 Obst. Ja, viel Schokolade. Und wie kann ich das jetzt wegbringen? Ja, da ist es am einfachsten mit einem Filter. Und zwar für einen Filter braucht ihr eine Überschrift. Das heißt, wir schreiben oben drüber mal Rezept, Doppelpunkt. Und Menge, Doppelpunkt. Ich mache das auch mal fett, dass ihr seht, das ist unsere Überschrift. Und jetzt markiert ihr das Ganze. Und jetzt geht ihr einfach auf Start. Und auf der rechten Seite im Menüband wählt ihr Filtern. So, dann habt ihr hier oben unsere Filterpfeile gesetzt. Und bei der Menge klicke ich jetzt hin und nehme die 0 einfach raus. Okay. Ja, und schon seht ihr, sind unsere Zutaten, wo ich nichts drin habe, rausgefiltert. So, eine letzte wichtige Anmerkung. Wenn ihr jetzt die Suchkriterien verändert, wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Sandkuchen suche, Enter, dann seht ihr, tauchen hier wieder Nuller auf. Wichtig ist, jedes Mal, wenn ihr neu sucht, müsst ihr auch den Filter neu setzen. Also hergehen, alles auswählen und die 0 wieder rausnehmen. Okay. Dann stimmt die Anzeige wieder. Das lässt sich jetzt hier nicht ohne weiteres umgehen. Das heißt, mit jeder neuen Suche auch den Filter neu setzen. Aber ich glaube, so hat man das relativ schnell und einfach gelöst, dieses Problem. Ja, lasst mich wissen, wie ihr diese Lösung findet. Vielleicht habt ihr auch eine andere Idee, einen anderen Vorschlag. Ab damit in die Kommentare. Und ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Video hier auf BILDNER TV wiedersehen. Deswegen abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.